Ich bin die Amelie. Ich habe hier gerade einen Workshop gehalten zum Thema, wo können Spiele in Zukunft hingehen, was kann man von Spielen erwarten in Zukunft. Ich bin von Haus aus Produktdesignerin mittlerweile, aber auch Unternehmerin und Gamedesignerin. Ich glaube, dass die Zukunft nicht nur ein einziges Spiel sein wird, sondern ganz, ganz viele Spiele, dass wir in ganz vielen Bereichen auf einmal Spiele haben werden, die uns das Leben einfacher machen und dementsprechend die Gesellschaft auf jeden Fall spaßiger machen werden. Ich glaube, dass Games vor allem dort Einzug halten werden, wo Menschen und Systeme miteinander konfrontiert werden, also beispielsweise in der Verwaltung, wo Verkehrssysteme auf Menschen treffen, um einfach Schnittstellen einfacher zu machen, um Schnittstellen verständlicher zu machen und in vielen Prozessen einfach mehr Spaß zu haben. Die Games werden auf jeden Fall eine stärkere Bedeutung haben, als jetzt haben. Es wird nicht nur für Unterhaltung dienen, sondern eben auch in anderen Bereichen hilfreich sein und ich glaube, dass dadurch die Bedeutung von Spielen noch viel stärker steigen wird.